Hallo, hier ist der Martin von meinem Ankees. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 24.02.2023 und nachdem der Schiedsrichter hier zurückgepfiffen hat. Unser DAX von der anderen Linie liegt der Ball jetzt hier. Man sieht es unten leicht dünn, fast vor der Torlinie und könnte sogar oben langsam mal durchgeschlagen werden und damit die SKS noch bevor sie jemals aktiviert wurde ins Nirvana Blasen. Also die Tageskerze ist natürlich schon gewissermaßen eine Steilvorlage nach oben für einen Freitag, zumal Freitage gerne mal oben rausschieben. Also wenn man so Freitage nebeneinander legt, dann gibt es, keine Ahnung, zwei Freitage auf zehn Stück, die nur zur Seite schieben. Es gibt einen Freitag auf zehn Stücke, die komplett nach unten schieben, aber es gibt sieben auf zehn Freitage oder sagen wir mal vielleicht sechs auf zehn Freitage, die straight einfach nur nach oben drücken, hinten raus und einen hohen Wochenschutz reindrücken. Und von daher ist das eine brenzlige Situation für unsere SKS jetzt, die ja nach wie vor noch nicht aktiviert wurde. Er hat nun letztendlich auch diesen Dreifachputen hier im Nackt gestehen. Also das ist jetzt noch kein SKS-Bruch oder Aktivierung oder wie auch immer, hätte er nur auf der Nacktlinie rumgetanzt. Sollte der jetzt tatsächlich hier oben rauslaufen zum Freitag, wird er bestimmt in die 57, 87 schon reinstechen. Ich könnte es mir nicht anders überlegen. Denkbar wäre, dass er Doppeltop probiert, aber rein aus dem Verlauf, auch wenn man hier die Hochs verbindet, warum soll es ein Doppeltop werden? Ja, also ich würde eher fast damit rechnen, dass der sich hier so durchschiebt, dann in die 57 bis ich sage mal 15.800 rein, wenn er positiv notiert. Das heißt, alles was über 5,50, über 5,65 passiert zum Freitag und nicht direkt wieder nach unten umgekickt wird, hat für mich Tendenz Richtung hohem Tagesschluss. Das muss man so klar sagen, wie man es sagen kann, denn der Trend ist erstmal tot. Unser DAX ist unten nicht rausgekommen, hat die SKS nicht aktiviert bekommen. Damit kann es auch sein, dass es am Ende gar kein SKS wird, sondern es muss einfach nach oben ausgelöst werden und hier eine Bodenbildung stattgefunden hat. Wichtige Schnitte. Wir haben gestern gesagt, durch diesen hohen, durch dieses hohe zurückkommen, haben wir gesagt, dass der DAX bestimmt zwischen 5,50 und unten im weitesten vielleicht sogar 3,50 hin und her pendelt. Dieses Pendeln haben wir gesehen, aber auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Also zwischen 5,50, das hat er gut gemacht, das hat er auch sehr punktgenau genommen und unten nicht mal so in den Mittelbereich von dem, was möglich gewesen wäre. Damit ist das Aufwärtsgap sogar offen stehen geblieben. Und auch das ist in Kombination jetzt natürlich gefährlich, wenn er jetzt wieder einen Aufwärtsgap stellt und das auch offen lässt, weil er sich natürlich unheimlich viel Druck aufbaut und die Leute richtig short reinsaugt. Da gibt es dann Leute, die sind jetzt hier schon short überrumpelt worden, sagen sich jetzt, naja, ist ja nicht schlimm, baue ich eben nochmal aus, kaufe ich hier nochmal short rein und schub die Wupp, steht das Ding bei 16.200 und die wissen nicht mehr, wohin der Kopf steht, weil sie sich ja hier unten anfänglich gedacht haben, naja, ich mach mal ein K.O. weit weg, wird mir schon nichts passieren. Ja, ja. Und dann sagt der Trend plötzlich, hallo, hallo, kennst du mich noch, kennst du mich noch? Ja, ja, da war ja was. Und deswegen Freitag, ein bisschen Deckung einfach drauf nehmen. Das ist unser Aufwärtstrend, der wurde hier, hoppala, wartet, der wurde hier oben durch eine Seitwärtsphase unterbrochen, die wurde kurz nach oben rausgelöst. Na, haben wir hier ja schon gesagt, es kann auch sein, dass er einfach hochgeht und dort die nächste Seitwärtsphase anhängt. Das haben wir gesehen. Wir haben eine mögliche Top-Formation im Chart drin, die muss aber eben auch nach unten angeklackert werden. Vorher ist es einfach kein Umkehrsignal. Ja, die Umkehrformation muss tatsächlich auch bestätigt oder auch aktiviert werden, in dem Sinne hier, dass es noch nicht passiert. Bis dahin ist quasi für Short hier noch Zurückhaltung angesagt und jetzt zum Freitag eben gleich noch umso mehr. Ja, also hier würde ich jetzt wirklich, hätte ich auch keinen Schmerz mit, wenn ich sag mal, der DAX bei 620 steht oder was und unsere Lisa, die will dann da Long rein, hätte ich gar keinen Schmerz mit, da den Long freizugeben. Würde ich mich nicht unwohl fühlen oder schlecht fühlen. Mit der Vorlage und mit dem Schluss und den letzten Tag, wie er sich jetzt hier hingelegt hat, halte ich es gut für denkbar, dass er auf Attacke geht und auch die SKS aus dem Bild nehmen kann. Also aus der Situation auf jeden Fall. Sollte er uns aber umkippen zum Freitag und ich sag mal, nicht über 600, 620 hinaus kommen. Die Möglichkeit hat er ja. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir können bloß probieren, typischen Mustern zu folgen. Ein typisches Muster wäre, er drückt sich einfach oben durch und rennt bis zur letzten Minute oben raus. Bis wirklich der Letzte, der Short drin ist, rumheult, weil das doch irgendwie nicht auf irgendwelche Nachrichten passt und das eigentlich gar nicht sein kann und das total übertrieben ist und der Dow und der Euro-Solo und der WTI und das geht auch nicht und so weiter. Macht das der DAX. Das ist Szenario 1. Szenario 2 ist, der kippt uns in dem Bereich hier direkt um, kann auch aus dem Stand direkt und läuft einfach runter, macht das Gap zu. Ganz unkompliziert runter in den Bereich um 400, Gap close, hier einmal zu machen und stehen bleiben. Stehen bleiben, warten auf nächste Woche und dann Genickschuss, Nackenlinienbruch, SKS-Aktivierung. Nochmal, es ist ein Umkehrmuster, ja, aber es ist noch nicht aktiviert. Das haben wir die letzten Tage immer wieder gesagt und es gab auch viele Fragen, warum. Wir können doch hier schon Short gehen und dann haben wir, haben wir doch, verpassen wir doch sonst viel Strecke. Nein, das ist eben immer wichtig, mit der Signallage zu traden. Haben wir auch die ganzen letzten Tage immer wieder ganz oft betont. Die, die, die Signallage ist hier eben noch nicht aktiv auf der Unterseite und jetzt kriegen wir wahrscheinlich sogar Signale in die andere Richtung am Freitag. Ja, ist noch nicht da. Ist wie mit dem Nackenlinienbruch. Wir sind noch nicht oben draus. Wir sind auch noch nicht über eine 6,30. Ne, ich möchte euch bloß drauf vorbereiten, was passiert, wenn, wenn er drüber geht, auch über 6,30, über 6,50. Stellt euch darauf ein, dass da echt noch ein bisschen was hinten rankommen kann, weil die SGS ist dann vom Tisch. Und damit auch die Umkehrformation. Und das gibt dem Trend erstmal wieder Rückenwind, eine nächste Trendetappe zu liefern. Und die muss nicht bei 57,87 liegen, die kann sogar auch bei 15,100 liegen. Ja, das ist soweit klar. Kippt ihr uns um, ist primäres Ziel 15,400. Ja, ähm, Platz geben würde ich in hier im Bereich 6,00, 6,30. Aber marschiert der durch, ja, oder startet hier kurz schwach rein und zieht dann nach oben hart an. Lasst es machen. Dann, dann kackt auf die SGS. Wirklich, dann, dann hackt sie aus gedanklich. Stellt sie zurück und versucht einfach eure Punkte mitzunehmen. Ja. Mehr kann ich nicht mitgeben. Na. Ansonsten nochmal der Hinweis, ne. Morgen ist jetzt Seminar. Das heißt, am Freitagnachmittagabend bin ich dann schon im Hotel mit den ersten, die schon, die ersten Gästen oder Teilnehmern, die schon da sind, ähm, zum kleinen Plausch und Bierchen trinken am Abend. Dann haben wir Samstag und Sonntag komplett volles Programm. Ich kann euch noch nicht versprechen, ob's und wann's eine Morgenanalyse für den Montag gibt. Ich denke schon, dass wir es hinkriegen. Ähm, für diejenigen, die im Premium-Dienst sind, Webinar die Woche wird nix. Ja, das müssen wir irgendwie gucken, dass wir das in der nächsten Woche irgendwann mal zwischendurch geschoben kriegen oder wir, wir machen es euch offline, sprechen es kurz ein und laden es hoch. Ähm, da gibt's dann aber nochmal eine Information. Wichtig ist am Wochenende jetzt nicht. Da haben wir jetzt Seminar komplett. Beide Tage von vorne bis hinten. Und das ist dann doch auch als Referendrecht anstrengend, ja. Zwei komplette Tage durch. Ähm, da können wir nicht gleich Montag dann Webinar dranhängen. Ja. Das werden wir ein bisschen aufsetzen. Und Punkt. Das ist es. Soweit, so gut. Wünsche ich euch viel Erfolg zum Freitag. Gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.